Oh, das ist ein Meer. Ach, scheiße. Oh, da ist einer mit Pfeil. Most das. Los, die Personen sind. Ja! Ja! Oh, das ist ein Druck. Ja! Ja! Ja, ich bin. Genau. Ich bin. der erste erstes sonst hat man hier goblins immer noch jetzt sind es irgendwelche modernen techniken was haben wir denn? wir brauchen immer kleine stücke, das wäre egal ich bin ein krok, lass uns weine geistert und sammeln nein 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 problem ist, da bin ich noch nicht lang, wir haben gerade den dungeon verpasst, keine ahnung irgendwie sind weiter als der dungeon gegangen kann man eh so, das ist der vorort hier wir müssen immer hier hoch, um so ein paar blümchen ja auch ein bisschen ja, ich sage nochmal, das hat ganz gelegen wir haben nicht mehr, wir brauchen nur einfach wir brauchen auch noch eine gute ne? wir brauchen schon noch ein paar wir müssen auch nicht weiter die sind nicht sehr Ich habe mich nicht höher gezogen, weil ich nicht höher komme. Alles klar. Jetzt mal erstmal hier hoch. Oh, Junge, ich hatte gerade Schiss, dass er da runter fliegt. Okay, jetzt einfach so. Ach nee, da ist die Hütte. Noch gesehen hat er. Okay, jetzt ist kein Laschet gewesen. Toll, ich mache drei Markierungen und der dritte. Was war denn hier? Ja, ja, aber hier gut. Was man aus dem Ding machen kann, weiß ich auch nicht. Die sind so ähnlich wie diese einen, aber aus der Endphase von Zelda und Breeze of the White. Ich muss gleich mal eine kurze Pause machen, wegen meiner Stimme. Ich merke das gar nicht. Ich gebe echt auf die Stimme. Wer ist da hin? Was gibt's? Ich will den Tabletänken, ja, oder? Fried, zufried dich da. Okay. Da unten. Da haben wir schon, ne? Was ist das? Eine scheiß Gute. Warum eigentlich gar nicht zusammen? Die bringen nix. So, jetzt gehen wir mal zu den Grock. Scheiß drauf. Wir müssen so oder so oder lang. Aber ich würde sagen, vorher machen wir eine Pause. Ja. Wir müssen auf jeden Fall. Also, wir sehen's dann. Bis dann. Ciao. So, weiter geht's. Also, wir bauen jetzt. Dann kann man das echter dran bauen. Ja, besser wär's. Gut, ne Rambi. Besser natürlich, wenn wir ne Platte, ne? So, keine Ahnung, die ich schon wieder gebaut hab. Aber jetzt klappt's. So, hier ist hier so'n Ding. Kann man sich hier ein Boot bauen? Eine Grille. Wir haben schon irgendwie gefangen. Okay, warte mal. Okay. Warte mal. So, ich verstehe. Was ist das? Das sieht echt aus wie vom Trippel gebaut wurde. Kann ich noch den hier? Scheiße. Da. Nein. Am ich schon da? Okay. Ja, aber das ist echt tricky, ne? Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ah, Scheiße. Warum gehen die Dinger kaputt? Das macht gar keinen Sinn. Das war's für heute. Hey Nano, ich hör dir, es geht immer kaputt. Ich mach einfach das Ding hier wieder. Das Ding fassen wir aus der Fassung raus. Oder? Das war aber knapp. Das sah aus, ob das schon fast raus geht. Und wir haben da hinten irgendwas. Keine Ahnung was das ist hier. Das ist einfach nur Map End, okay. Aber das meinte mein Croc ist doch kein Croc. Ich mach das mal anschleichen. Flüge, la. Das ist der Dungeon. Ich denke, wir schwimmen wird nix. Na, wir könnten zum Kloß bauen, aber... Wie treibt das dann? Ist die Frage. Wissen Sie, ist nix zum Kloß bauen da. Hu hu. Hey. Na, wohl hier. Hier ist noch was zum Kloß bauen. Oh. Genau. Schleimchen, ey. Oh, die Kloan aber. 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 Na ja. Aua! Wir ziehen ja auch ordentlich was ab, ne? Ja, wir müssen scheinbar hier rüberschwimmen. Was war das? Was war das hier? Ich hab ne Tasse gekommen. Was ist das hier? Warum leuchtet die so? Die besser als die? Tja. Warte mal. So, dann bauen wir mal ein Floß, ne? Warte mal. Die Luft? Ja, die treibt auf jeden Fall nach da. Okay. Das ist echt mal ätzend, ne? Wir haben jetzt aber echt wenig Stämme. Oder warte mal. Oh, steck mir nur... ... 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 ist noch einer normal komm ich zu zweit raus ja hier ist glaub ich geländeende jetzt machen wir den dungeon nur waffe wechseln das ist eigentlich langwaffe das wird dir gar nicht gesagt wie das scheiße ja hier kannst du ja n putz machen warum bekommen wir diese gräuche ich glaub hier gehts äh zum nächsten dungeon wir gehen hoch in iza schreien alles klar sieht genau aus wie der andere scheinbar sehen die alle so aus schade vielleicht in der anderen Welt sehen die anders aus aber immer die gleiche die gleiche schreien war ja auch im ersten Teil immer so im aussehen immer anders aber der wird schwerer sein ei 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 ah so jetzt gehe ich wieder aus neues oder wie und später muss er halt noch mehrere Sachen einsetzen wird noch komplizierter und alles so was ist das jetzt Synthese damit kannst du die objekte an aus damit kannst du ein objekt an ausgerüsteten waffen und schilden befestigen um neue ausgerüstung zu erschaffen und das kann wieder so ja okay das impulsiert das leiche nur mit schildern und waffen nicht hm 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 hey was habe ich denn jetzt für eine waffe hey was doch nicht garten Hey, wie wert ist das denn bitte? Weil der Marsch noch dir mit dem hier Das sieht so komisch aus Hey, wer macht denn sowas? Was hier? Oha, schmeckt schon gut Feierfrucht Was machen wir oder warum? Hey Hey Oh. I see. Nee. Äh... Feuerfrucht. Kann man nicht essen? Und dann? Feinmodifizieren, warte. Nice. Die Perlen, Lachs. Wären auch längere Parts als sonst. Oh, die müssen wir sogar holen, oder? Oh, was heißt das? Interessant, oder? Nein, man weiß wie ihn, ne? Man wird aber auch hier irgendwie nicht aufgeklärt, was genau... Genau. Ist hier noch irgendwas? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Oh mein Gott. Wie zieht der ab? Ja, das ist ja auch so. Oh Oh mein Gott, das ist ja ein Wixer ab. Ich weiß nicht, ob es ist. Ich weiß nicht, ob es ist. Ah, werfen wir mal ne Scheißwaffe weg. Edi. Oh, was ist das denn? Achso. Oh. Was immer selten ist. Feierfrucht. Was hier? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wir können auch Stachel modifizieren. Wir haben noch eine Waffe. Warte mal. Warte mal. Los. Scheiße. Warte mal. Wir haben noch einen Schlüssel bekommen für eine Truhe. Wo ist die denn? Stimmt. Das kannst du mir nicht erzählen, was das die eine war. Warte mal. 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 Känn mal die Szene schon. Einmal reicht denk ich. So, Segenlicht. 2 alles klar also für mich ja aber ich habe mir gestern die etwas überreichen hier bitte sehr was das das sein soll dass die batterie ich habe da welche ok alles klar keine ahnung wofiel der schlüssel war immer noch nicht i don't know i don't know i don't know i don't know oh ne es kommen ja echt viele gegner wirklich fighten nebeneinander so die weile sind echt stark wenn wir nicht alles abgegradet haben aber ich glaub die Gegner werden auch bald stärker ok den haben wir doch nicht so oft na ich würd sagen wir gehen hier runter äh was ist das denn ja was denn da oh shit warte mal den hier sprönde meine Waffe brennt da ist alles so kompliziert du musst hier so OP sein aber schwer ist das spiel schon es gibt auch kein schwierige als grad übrigens roh oh holst jyp jyp da ist so tru da ist so tru da ist so tru Spaß macht es aber irgendwie doch. Muss man sich daran gewöhnen, wie alles? Nein. Ist das hier richtig, wo ich bin? Geh durch.